Gehen wir jetzt rein in Blätten? Eigentlich können wir das ja auch die Blätten-Show nennen mittlerweile, ne? Darauf erstmal ein Schluck. Blätten, du kleine Content-Nase! Was gibt's denn heute? Moin, moin, Leute! Moin, moin, Leute, und willkommen zu diesem Video. Wow, das ist aber ganz schön leise hier. In der heutigen Folge versuchte Sascha, den Bentley zu bändigen. Noah macht den... Sascha! Schöne Grüße! Hab ich heute auch mehrmals auf Kota gehabt mit dem LMP3. Das sah genau so aus. Ich fühle das grad sehr. Kevin Estre? Bro. Oh, Blätten? Mach Blätten-Dinger. Man muss dazu sagen, ich habe eben gerade mit Blätten ein Vorgespräch geführt, bevor wir dieses Video gesehen haben. Ich kann hier viel mehr rüber, ne? Ich fahr die ganze Zeit so, als würde ich hier im Dienstgenker sitzen. Brainshatch einfach, mega geile Strecke. Oh. Boah. Oh. Der BMW hat es doch gekriegt. Ha. Rekord. Sascha, so weit nicht. Kein Rasen, bitte. Kein Rasen. Das ist so schön zu sehen, dass Sascha das auch hat. Dass es Überschneidung von Gas und Bremse gibt. Oh, das beruhigt mich grad innerlich, weil Sascha ist ja doch schon ein sehr guter und auch erfahrender Fahrer. Das beruhigt mich, weil das hab ich auch. Was hat denn Sascha für Pedale? VHS. Oh, der hat so richtig schönes, großes Brems-, wie sagt man denn, Bremscover? Oh, schön. Hey, jetzt gibt's doch nicht, ich bin schon wieder aufs Gras getrimmst. Also, Brian Z ist, glaub ich, echt ne blöde Strecke, um das mal auszuprobieren, das Auto. Oh, was weitläufiges, wo man nicht direkt stirbt, wenn man aus Gras kommt. Was ist hier eigentlich los, Junge? Hier geht einfach alles. Das seh ich ja jetzt erst. Das ist, glaub ich, sein Herzschlag. Deswegen hat er, ich glaube, deswegen hat Sascha auch diese Krampfigkeit in sich. Sein Herzschlag sieht nicht so gut aus. Na gut, nächstes Rennen fahren wir doch kein Band, nehmen wir auf Grand Satch. Scheiß auf die Karolangen, Digga, draufgeschissen. Oh nein. Okay. Ich glaube, es hat sich erledigt. Nein. Ja. Ist doch mal gerettet. Er hat sich gerettet. Vor allem noch zurück, du Tracksauto. Wollten wir jetzt alle in die Karre fahren, oder was? Na ja, ein bisschen. Ja, hatte verdient. Was war da los? Hat der einen mitgekriegt? Warte mal. Joik. Wollt ihr alle in die Karre fahren, oder was? Mann, ich kann das alles. Ja, hatte verdient. Joik. Alter, wer war das? Alter, wer war das? Mann, am Schnitzel, mit Schwitzband. Ja, komm. Mann, ich will doch nur Auto fahren. Lass mich alle in Ruhe. Alter, wer ist das Video? Ich weiß nicht was. Blatt, ein kurzes Statement. Warum hast du den jetzt Idiot genannt? Gab es da einen Grund für? Mann, bitte. Ey, wollt ihr mich denn alle ärgern heute, oder was? Ey, ich wirklich, ich gehe gleich komplett dumm hier. Mann, da habe ich einmal einen kleinen Fight mit Boris. Boris, warte auf mich. Nein, ich will nochmal fighten. Boris, das war nicht schlau. Das war auch nicht schlau. Oh. Nee, Boris ist eingeschlagen. Er hat aber genug Platz gehabt. Vor allen Dingen in der Kurve, Alter. Okay, warte, ich bin gespannt. Nein. Nein, ich glaube, es war mein Ding. Nein. 30 Tage Pause? Wie? Weil, nee. Ernsthaft? Nein. Nein, dafür gab es keine 30 Tage Pause. Naja, ich wollte schon sagen. Nee, 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 okay. Was macht der denn? Alter. Okay. Hä, warum macht der eine Vollbrand so mitten in der Kurve? Oh Gott. Ja, aber auch echt nirgendwo geliftet wird, Alter. Da wird knallhart einfach durchgezogen. Scheiß drauf, ob da einer steht oder nicht. Da wird knallhart durchgezogen. Der Abschuss ist freigegeben. Wow, das war voll clean. Junge, halbe Prozübe ist hier, oder was? Ah, ja, was um, Mann. Junge, lecker ist, kommen zurück. Mutti, wir haben Fragen am Blätten, oder? Wir gucken noch mal kurz rein. Ah, ja, Mann, Junge, lecker ist, kommen zurück. Voll clean, Junge, halbe Prozübe ist hier, oder was? Also, ich sehe übrigens nicht, dass es da Probleme mit der Latenz gab. Ich habe die Jahresgattur nicht. Oh, Paul hasst mich. Paul hasst mich. Lecker, kommen zurück. Du bist so ein Idiot. Ach, komm, wie kann man denn so doof sein? Mann, du wolltest doch nicht einen Ferrari diifen, Junge. Äh, einen Ford diifen. Ach, geil, Alter. Boah. Zwei britische Strecken? Ja, da muss ich sagen. Die Kameraperspektive von Sosho ist einfach, die ist es einfach. Die ist es einfach. Nein. Ich liebe diese Geräusche, Alter. Tut mir leid. Boah. Oh, Junge, Murat. Oh, der kommt noch mal. Oh, Mann. Das ist doch fast in jeder Folge mindestens einmal dabei. Ich glaube, das ist ein Ilo-Loss. Ist cool, sobald wir gleich aus der Box rausfahren, weil das war ja schon echt viel zu schnell. Ich bin gespannt, wie schnell der jetzt sein wird im Rennen. Ich bin auch gespannt. Wir drillen auf die Mustanges gespannt. Weil wir haben ja nur Mustang und Ford um uns herum. Bis P8. Ja, Mustang, Ford. Ja, Ruhe. Richtig dominant, die Kerber. Aufspar ist einfach, Fellas. Jetzt aber, komm jetzt. In die Busstopp rein können wir vielleicht auch mal senden. Perfekt. Oh. Komplett ein Lock-Up gehabt. Schnoppen. Ach, Schätze. Ja, das gibt's. Eine Strafe. Äh, habe ich's. Boah, Junge, diese Schein-Swapen. Ich weiß auch nicht, warum der auf einmal mir so nahe kam, ey. Der hatte so'n Top-Suite vorhin. Ich dachte, ich kann easy im Windschatten halt dranbleiben. Auf einmal war ich viel schneller. Yo. Was war das denn? Wer hat mich denn da getroffen? Was war das für ein Hit? Oh, no. Jetzt ist eh over. Bro. Hey, Cap. Okay. Die machen einfach amerikanische Straßenblockade. Die beiden kenne ich nur zu gut. Oh. Wir haben einfach, äh, 100 Strecke untergeschopst. Wäre halt gut zu wissen, ob das jetzt auf Türk überholen ist. Oder nicht? Hat er sich jetzt dadurch verbremst? Ja. Ich hab doch wenigstens den Bremsen, Digger. Du hast den angeschoben. Jungen, der trifft deinen scheiß Bremspunkt hier doch mal. Wer wegkommt von ihm hinter uns. Okay, beim zweiten Mal hat er nicht weggeschoben. Treff doch die scheiß Kurven, Digger. Unfähig ist zu fahren. Ist er jetzt wieder hinten dran. Schön. Oh, oh. Er kommt. Oh, no. Ja, das gibt's mit Penalty. Mann. Ist das ne Scheiße hier. Das ist ne zwei fünf Sekunden. Der ist so ne Scheiße. Aber jetzt hier hat er so langsamer ist, ey. Ist auf Inseln fünf Sekunden bekommen gerade. Geil. Oh, oh. Junge, du wirst hier so langsam. Geil, das gibt P8 oder noch schlimmer. Läuft keinen Apex von mir. Der hängt schon wieder fast in der Neue. Ey, was macht ihr hier, dein Mann? Und das kostet mich jetzt noch viel mehr Zeit. Ach, Jungs. Ihr wollt mich doch verarschen. Eine Scheiße, Digger, Mann. Ich kann mich auch bringen, wie ich will hier. Ich kann so scheiße und so langsam. Könnte ich hier nicht vorbeifahren. Jungs, es gibt Gas. Also, welche Linie fährst du denn hier? Du bist nach Zandvoort durch, um auszuholen. Und wirklich, so scheiße, ich würde aus einem Top-Ergebnis pisse. Niklas, not amused, würde ich sagen. Nope. Das ist unfassbar. Was war das? Was ist das Ergebnis? Sehen wir das Ergebnis noch? Wo war ich hin? Oh, no. Vorsicht, Vorsicht. Passt, passt. Rechts halten, rechts halten. Was ist der Kopf? Ich sehe nichts. Sorry. Ich habe nichts gesehen. Oh, no. Da war ja wieder alles los die Woche bei Jansky. Fantastisch. Da blätten die alte Content-Maschine ja aktuell iRacing-Fer. Sehen wir vielleicht auch bald Jansky iRacing-Compilations. Dass die Wahrscheinlichkeit besteht, meine Damen und Herren. Mal gucken. Ich meine, von Blätten kannst du ja in der Woche fast eine eigene Compilation machen. Das würde sich schon ein bisschen lohnen, dann. Aber jetzt mal kurz unter uns, ne? Hat Niklas in letzter Zeit häufiger Delfine? Der machte mir so ein bisschen in den Compilations so einen frustrierten Eindruck. Ich hoffe, ihm geht's gut. Also, im Sinne von, dass er nicht zu frustriert ist vom Fahren. bis dahin. Bis dahin.